Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von AyoWookiGamaster. Leute, es ist soweit, es ist Halloween, deshalb haben wir auch schon hier viele verschiedene Sachen, mit denen wir XFXO tatsächlich in die Falle locken können. Ja Leute, unter anderem diese Clowns-Maske. Diese Clowns-Maske werden wir im Finale anziehen und XFXO damit erschrecken. So dass die ein Falle mal hier vorn geht, ich seh die auch mal an. So, weil sie jetzt hält dir, dann müsste XO eigentlich verschreckt werden. Und hier, eventuell noch dieses Halloween-Popcorn, dann könnt ihr auch das Popcorn aus diesem Eimer hier rausnehmen und dann halt da Wasser reinmachen. Und dann könnten wir auch so XO genau das gleiche machen mit Phantom-Leute. Oh mein Gott, Leute, ich würde sagen, wir bereiten uns immer ein paar Fallen vor, weil ich glaube, XOXO ist schon in unserem Haus. Oh mein Gott, nein, Leute. Leute, was könnten wir vorbereiten? Vielleicht als erstes Mal diese Haus des Geldes-Maske? Oder als erstes Mal uns als Haus des Geldes verkleiden? Sollen wir das machen? Ja, okay, Leute, ich habe zum Glück noch einen Anzug, ein Haus des Geldes-Anzug. Der Frontman hat mir ja noch Sachen geschickt mit den Squid Game-Mitarbeiter. Oder halt, dass ich Squid Game-Mitarbeiter werde. Also, deswegen habe ich auch noch einen Anzug für Haus des Geldes. Okay, ich würde sagen, damit fangen wir an. Leute, den ziehen wir an und erschrecken damit XO. So, und wir können sie auch noch mit Fake-Blut verschrecken. So, Leute, ich melde mich wieder, wenn ich den Anzug an habe. So, Leute, wie sehe ich aus? Ich sehe eigentlich gut aus, Leute. Okay, jetzt schauen wir mal nach XOXO. So, jetzt ist alles klar, Leute, Leute, Vorsicht, raus und damit verschrecken wir jetzt XOXO. Oh, mein Gott, ich habe das Gefühl, das funktioniert, oder? Das war Ayuroki-Game, Alter. Das war Nevio. Er hat mich erschreckt. Angeblich. Haha, er ist mir leider entkommen. Wie schade, aber sehr verdächtig. Hier sind gar keine Fallen. Da sollten doch eigentlich Fallen aufgestellt werden. Was ist denn da für das nochmal los? Warum ist hier keine Fallen? Und wo ist hier ein Lichtschalter? Hier? Okay, jetzt ist ja wenigstens mal ein bisschen Licht im Dunkeln. Sehr gut, aber, oh mein Gott. Was sehe ich da vorne? Da vorne ist etwas Leckeres. Da vorne ist Blut. Oh mein Gott. Da ist Blut. Leute. Oh mein Gott, ist das lecker. Das machen wir mal zur Seite. Ich kann das auch sehen. Das ist Blut. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir trinken das mal. Oh mein Gott. Oh. Das schmeckt so lecker. Ich fühle mich stärker. Ich fühle mich so, als könnte ich Nesio besiegen. Das war so lecker. Das schmeckt auch so lecker. Ich fühle mich so stark. Ich muss noch was trinken. Ich habe so starken Duars. Ich habe Duars. Ich muss noch viel mehr trinken, Leute. Oh, Leute. Ich bin schon versichtig danach. Oh, Leute. Oh. Ich fühle mich so mächtig. So kräftig. Es schmeckt einfach nur lecker, Leute. Ich würde sagen, ich kann Nesio besiegen, oder? Dieser Geschmack. Dieser Geschmack, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Weil es einfach nur so, 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 so lecker war. Ah, so leckeres Blut von echten Menschen. Oh, ja. Ich darf doch dasselbe, ne? SUPERсти Lakesien баб Dasselbe. Oh, ja. Ach, Nivea, wenn ich dich kriege, sagt ihr noch eins, ich schnack mir dich. Hier ist das Badezimmer, da vorne ist der Zimmereinband. Wow, Leute, das mit dem Haus, das Geld, das hat wohl offenbar nicht so ganz funktioniert, aber, wow, Leute, ich glaube, XO ist da, oder, Leute, XO ist im Bad. Oh, mein Gott, Leute, jetzt ist es soweit. Der finale Plan steht jetzt an, Leute, jetzt kommt der finale Plan. Jetzt werde ich, ich will als Clown erschrecken und Forky wird XO dann als Scream erschrecken. Oder umgekehrt, wir wissen es noch nicht, okay, Forky, zieh schon mal deine Scream-Maske an. Okay, gut, machst du, ich zieh dann schon mal meine Clowns-Maske an. Na, Leute, endlich jetzt gleich, werden wir ihn zurück, ja, endlich verjagen. Der Hinweis vom Wund, man hat funktioniert. So. Okay. Es ist eine Woche. Irgendwas brauchen wir noch. Ähm... Leute, Leute, Leute. Wir brauchen noch irgendwas. Mein Schatz, eine Pistole. Dann sind wir ein richtiger Killer-Clown. Okay. Gut. Forky ist auch bereit. Und vielleicht schreiten wir jetzt XO-Rex auch. Okay. Da vorne ist sie uns, drei, drei. Oh, mein Gott, was wollt ihr von mir? Oh, wir sind ein Clown. XO-Rex auch, verschwinde. Leute, ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, es ist verschwunden, Leute. Oh, mein Gott, ja. Wir haben es endlich geschafft. Helium 2021. Ich glaube, es ist ein Clown, das 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 ist